Temporäre Freigabe der Sachsenallee Ab Freitag, dem 21. Dezember, wird die Sachsenallee mit einer Fahrspurierrichtung temporär für den Verkehr freigegeben. Für die Fußgänger wird auf der südlichen Seite ein provisorischer Gehweg errichtet. Damit kann die Sachsenallee auch beidseitig fußläufig genutzt werden. Am Ende der Winterpause und unter Beachtung der Witterung sollen die Bauarbeiten dann planmäßig Ende Februar fortgesetzt werden. Mit dem neuerlichen Baustart muss die Sachsenallee dann wieder vollgesperrt werden. Allerdings bleibt der Kreuzungsbereich mit der Abstorfer Straße für den Verkehr frei.